Hallo liebe Spinnerinnen und Spinner da draußen, hier Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei. Heute mit einer neuen Faserlexikon-Folge. Wir schauen uns die Rasse Cotswold an. Und sie ist besser als der Name klingt. Versprochen. Cotswold ist eine englische Schafrasse, die aus der gleichnamigen Gegend in England kommt. Es ist ein wunderschönes Naturschutzgebiet, zumindest bei meinen Bildern im Internet glauben darf. Westlich von Oxford, nahe der Grenze zu Wales. Und tatsächlich ist die Schafrasse wohl auch schon ziemlich alt. Und vermeintlich auf die Römer zurückzuführen, die natürlich Schafe mitgebracht haben. Je nachdem, als sie nach England gegangen sind oder da was gekreuzt haben oder so. Die Rasse war auch im 18. und 19. Jahrhundert wohl ziemlich beliebt, weil die Wolle eine ganz besondere Qualität hat. Allerdings ist sie mittlerweile wieder vom Aussterben bedroht. Sowohl in England als auch in den USA, in der es auch einige Herden gibt. Aber eben nicht mehr so viele, wie es mal der Fall war. Die Schafe selber haben sehr lange, sehr, sehr lockige Wolle. Und weil sie auch Wolle am Hals haben, was nicht alle Schafe haben, und Wolle im Gesicht bzw. an der Stirn. Und das Ganze aussieht wie ein Pony oder sogar wie die ganze Mähne. Hießen die Schafe wohl früher auch Cotswold Lion, also Löwe. Das fand ich ganz witzig, so als Spitznamen und zeigt ein bisschen, wie beliebt die Rasse war, weil sie sogar einen Spitznamen bekommen hat. Wie gerade schon erwähnt, die Schafe haben sehr lange Haare. In der Regel war es zwischen 15 und 30 Zentimeter. Die Wolle, die ich bekommen habe, war nur 7 Zentimeter lang. Das kann verschiedene Gründe haben. Aber es ist nun mal die Basis, auf der ich hier jetzt gearbeitet habe. Und ich bin auch ganz froh drum, dass ich keine super, super lange Wolle hatte. In der Regel bewegt sich die Feinheit der Wolle zwischen 33 und 35 Mikron, was schon ziemlich grob ist. Zum Vergleich, viele der mittleren Wollsorten, wie deutsche Merino, Shetland, Corridale, solche Schafrassen, haben eine Feinheit um die 25, 26, 27 bis 30 Mikron. Feine Merino kann sowas um die 15, 16, vielleicht sogar 14 Mikron haben. Das heißt, je kleiner die Zahl, desto feiner, weicher, geschmeidiger ist die Wolle. Wir haben es hier also mit einem langfaserigen Material zu tun, das eher grob ist. Und dadurch auch nicht besonders elastisch, sodass die Fasern eher steif sind im Vergleich zu manchen anderen Wollsorten. Das kann aber auch Vorteile haben. Und tatsächlich wurden diese langwolligen Schafe lange sehr geschätzt, weil die Fasern sehr glänzend sind und so eine gewisse Geschmeidigkeit mitbringen, die andere grobe Fasern nicht unbedingt mitbringen. Ich habe, wie immer in der Faserlexikon-Reihe, einen Teil der Wolle kadiert und einen Teil der Wolle gekämmt. Normalerweise würde man solche langwolligen Rassen nicht unbedingt kadieren, weil das nicht immer gut geht. Ich habe es mit ein paar Locken probiert und es hat funktioniert und dann habe ich ein ganzes Bett zusammen kadiert. Wären die Fasern etwas länger gewesen, hätte das wahrscheinlich nicht annähernd so gut funktioniert. Und tatsächlich haben sich die kadierten Fasern auch nicht besonders gut spinnen lassen. Normalerweise versuche ich bei diesem Experiment, die gekämmten Fasern im kurzen Auszug zu spinnen und die kadierten Fasern im langen Auszug zu spinnen, weil das die Eigenschaften dieser unterschiedlichen Faseraufbereitung noch unterstützt und ich einmal ein sehr glattes, dichtes, kompaktes Garn erhalte, im besten Fall. Und das Streichgarn, das kadierte, im langen Auszug gesponnene, in der Regel etwas luftiger und wärmer wird und auch ein bisschen mehr Textur hat. Den Unterschied kann man bei den Kotzwald-Proben hier nicht wirklich sehen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die kadierten Fasern sich nicht wirklich gut haben im langen Auszug spinnen lassen, was dann doch wieder an der Länge lag. Die Fasern ließen sich an sich okay spinnen, wobei ich sie als sehr glatt empfunden habe, was schon irgendwo so ein bisschen Zeit braucht, um sich darauf einzustellen. Also vom Spinnen selber her war es nicht unbedingt meine Lieblingsfaser. Tatsächlich war ich von den fertigen Fäden und aber auch von den fertigen Garnen dafür ziemlich begeistert. Man sieht an den Garnen ein bisschen, dass ich etwas Schwierigkeiten beim Spinnen hatte und dass es mir nicht so leicht gefallen ist, wie bei manchen anderen Rassen. Aber dennoch finde ich, man merkt besagte Geschmeidigkeit tatsächlich. Also obwohl die Fasern an sich sehr grob sind, die Haare sehr dick, fühlt sich das Ganze recht weich an und hautverträglich. Ich könnte mir das wunderbar für einen Schal, ein Tuch, irgendwie sowas vorstellen, auch weil die Garne recht schwer sind. Meine Garne haben ein WPI von ungefähr 15, was jetzt so einer Nadelstärke 3 ungefähr entspricht, würde ich sagen, aber haben nur eine hochgerechnete Lauflänge, so um die 150 Meter. Das Streichgarn hat ein bisschen mehr Lauflänge, das Kammgarn hat tatsächlich nur so 120 Meter auf 100 Gramm. Das ist extrem wenig Lauflänge und das liegt nicht daran, dass die Garne so dick sind, sondern dass die Fasern so unglaublich schwer sind. Das heißt, um mehr Lauflänge zu kriegen, müsste man die Fasern eigentlich noch viel, viel feiner ausspinnen. Tatsächlich habe ich bei diesen Fasern absichtlich etwas ausprobiert, was ich sonst nicht unbedingt machen würde. Ich habe die Garne nämlich Navajo verzwirnt. Warum würde ich das normalerweise nicht machen? Weil ich weiß, dass so lange, steife, unelastische Fasern wie diese die Schlaufen, die wir beim Navajo Zwirnen machen, wenn wir so Häkeln, so Luftmaschen häkeln, aufstehen lassen. Und genau das ist hier tatsächlich auch passiert. Das wiederum zeigt mir, also erstens mal ist das ein schöner Beweis für meine Theorie oder mein vermeintliches Wissen. Andererseits zeigt mir das, dass solche Wollen natürlich besonders gut geeignet sind für alles, was ein bisschen netzartig oder offen aussehen soll. Für große Maschen, für Lochmuster zum Beispiel. Weil das Garn selber natürlich das Gleiche machen wird, nämlich gerne einfach in seiner Form stehen bleiben, ohne zusammenzufallen, ohne sich irgendwie schön geschmeidig aneinanderzulegen oder so. Sondern jede Faser möchte gerne so ihre Position im Garn und im Strickstück haben. Toll wären solche Garne natürlich auch zum Beispiel zum Weben. Durch die Länge der Fasern und diese Steifheit ergibt sich ein wunderbares und sehr stabiles und reißfestes Kettgarn. Auch weil so lange Fasern einfach nicht ganz so viel Drei brauchen, um aneinander zu halten und dadurch sehr schnell, sehr leicht ein sehr stabiles Garn geben. Ich habe es mir aber einfach gemacht. Ich habe einfach nur zwei Strickproben aus den zwei unterschiedlichen Garnen gemacht. Und mit denen bin ich auch sehr, sehr, sehr glücklich. Auch an denen sieht man, wie viel Gewicht diese Wolle hat. Die sind tatsächlich ziemlich schwer. Ich habe ein Teil rechts gestrickt, ich habe ein Zopfmuster gemacht und ich habe hier oben auch ein schönes Lochmuster gemacht. Tatsächlich kommen die Zöpfe durch das Dreifachgarn erstaunlich gut zur Geltung. Die Unterschiede zwischen dem Kammgarn und dem Streichgarn sind tatsächlich mini, minimal. Das Streichgarn in diesem Fall ist ein ganz klein wenig heller und so ein bisschen matter, während das Blau hier bei dem Kammgarn so ein bisschen kräftiger wirkt. Aber das ist eigentlich auch schon alles. Auch die Strickproben fühlen sich noch verhältnismäßig geschmeidig an. Ich könnte das Ganze tatsächlich auf der Haut tragen. Für einen Pullover oder eine Jacke wäre es mir vielleicht ein wenig zu schwer. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, diese Wolle mit einer vielleicht sogar weicheren, etwas elastischeren Wolle zu mischen, um das ganze Material, das fertige Garn, noch ein bisschen stabiler und reibungsresistenter und reißfester zu machen. Die Proben sind minimal elastisch. Es ist wirklich nur ganz, ganz wenig, weil die Garne sind auch kaum elastisch. Da passiert eigentlich gar nichts. Schlussendlich auf jeden Fall ein interessantes Material. Ich finde, man braucht eigentlich genug, um erstmal so ein paar Proben zu machen und reinzukommen. Wie gesagt, ich fand es anfangs etwas schwierig zu spinnen. Ich musste mich wirklich erstmal daran gewöhnen, dass die Fasern so glatt und glitschig waren. Und doch trotzdem nochmal anders als Seide. Und obwohl die Fasern eigentlich recht glatt und glänzend sind, ergibt sich so ein interessanter Schimmer und so ein Flor. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Fasern trotzdem leicht anfilzen könnten. Also Walken oder so wäre offensichtlich trotzdem eine Möglichkeit, weil hier einfach so viele Fasern an der Oberfläche sind, die das Ganze tatsächlich auch so ein bisschen geschmeidig machen, wenn es halt auch kein warmes Material ist. Da ist kaum Luft zwischen den Fasern. Das Ganze wird sehr dicht, weil die Fasern so lang und glatt und gleichmäßig sind. Aber für Lace-Tücher und Schals, vor allem Sachen, die so einen gewissen Faltenwurf haben sollen, wäre das großartiges Material. Und ich muss sagen, die Strickproben gefallen mir ausgesprochen gut. Ich finde, das Garn strickt sich dann tatsächlich sehr schön und ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde die Wolle auf jeden Fall nochmal ausprobieren, sobald ich welche in die Hände bekomme. Und ich hoffe, ihr möchtet die Wolle jetzt auch gerne mal ausprobieren. Selbst wenn ihr gelernt habt, dass das kein Material für euch ist, dann habe ich auch etwas helfen können, was mich freuen würde. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei meinen Mitgliedern, die meine Videos finanzieren durch ihre monatlichen Spenden. Informationen zu meinem Mitgliederprogramm findet ihr unter www.shantimanu.de Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch ganz viel Spaß bei all euren Spinnereien, egal welche Rasse oder welches Material, welche Faserart ihr spinnt. Bis dahin, macht's gut!